Fitness bedeutet für mich Gesundheit und Wohlbefinden. Es bedeutet, dass ich mich wohl in meinem Körper fühle, dass ich meinen Körper wahrnehme. Und das bringt mir wieder sehr viel Lebensqualität. Und deshalb gehe ich ins Fitnessstudio. Ich gehe ins Fitnessstudio, um meinen Alltagsstress abzubauen. Ich glaube, wir leben in einer sehr stressigen Gesellschaft und es ist einfach wichtig, dass man Zeit für sich selbst nimmt und dass man sich einfach mal auspowert, unter Menschen kommt und einfach loslässt. Es bringt mir Lebensqualität und Wohlbefinden. Ich fördere nicht nur meine Kraft und meine Fitness, sondern auch meine mentale Gesundheit. Und hier kann ich auch präventiv ansetzen und meine Gesundheit fördern. Und jetzt ist es mit der Key out zu nieren.